Gütersloh in Nordrhein-Westfalen. Trucker-Babe Julia macht ihren Luxus-Locus-Truck schick für den nächsten Einsatz. Mir geht's gut, ich bin fit und ich hab jetzt eigentlich gleich vor, mit meiner schwarzen Lady einmal waschen zu fahren und tanken zu fahren, denn morgen geht es für uns weiter zum Job, von innen ist es sauber und auch von außen. Das Styling muss stimmen. Erst seit drei Jahren fährt Julia Lkw. Und die 28-Jährige kann sich nichts anderes mehr vorstellen. Rakataka. Ja, wollen wir mal. Na, Schützelein mit deiner Mülltonne auf Rädern. Nicht jeder transportiert eben Luxus-WCs. Was hat denn der da hinten dran? Generator. Wenn ich im Lkw drinne sitze und einfach nur losfahre, fahre ich erstens dem Lambi entlang. Einfach so fahre ich nicht rum, aber befreiend. In den tiefsten kleinen Dörfern natürlich nicht, da guckst du auf alles und hier und dort und Fahrrad und Auto und Schülz und hast du nicht gesehen. Aber gerade so Landstraße und Autobahn, das ist einfach nur entspannt, finde ich. Aber nur, wenn klar ist, wo es lang geht. Rechts ab, aber eigentlich müssen wir links. Weil ich müsste ja nochmal tanken. Eigentlich geradeaus. Entweder geradeaus oder rechts. Eigentlich müsste ich geradeaus, weil da ist auch die Tankstelle. Ich komme nicht gebürtig aus Gütersloh. Also so tausend verschiedene Wege kenne ich auch nicht. Aber ja, ich weiß, dass da vorne eine Tankstelle ist. Und da rechts nicht. Also fahren wir erstmal geradeaus. Drei dieser schicken WC-Trucks fahren Julia und ihr Verlobter zu Events in ganz Deutschland, der Schweiz und in Österreich. Diese Lady und meine andere Lady, die sind mir alle sehr, sehr ans Herz gewachsen. Weil es waren die ersten, die ich gefahren bin, die haben mir tatsächlich wortwörtlich das Fahren beigebracht. Hier gab es Kasseler Berge-Probleme und die ersten Wehwehchen und haste nicht gesehen und das haben die mit mir durchgemacht. Von daher habe ich sie doch sehr, sehr lieb und bin froh, dass ich sie habe. Bisschen was zum Schalten, nochmal richtiges Fahren. Ich liebe sie. Die Baustelle ist einfach schon so ewig da, so ärgerlich. Und da kommt auch gleich die Tankstelle. Die Lady hat Durst und der muss dringend gestillt werden. 180 Liter Diesel passen in den Tank. Vollgetankt kann's weitergehen. Diesmal mit Navi statt mit Bauchgefühl. Nach 300 Metern wiegen sie links ab, Osnab-Uterland-Straße. Ich liebe Navis. Das ist so eine tolle Hilfe. Du kannst dich auf die Straße konzentrieren, kannst dich auf alles konzentrieren, wenn sie sie sagt, wo du hinfahren sollst. Tolle Sache. So. 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 Hallöchen. Jetzt wird erstmal der Lkw abgesprüht. Und dann ist das so ein bisschen zu tun. Und dann wahrscheinlich, äh, uh, was war das? Das war die Bürste. Ah, das war die Bürste. Und dann kommen wahrscheinlich die Bürste dran. Und ich möchte ganz gerne ein bisschen mithelfen. Hier und dort mal in so kleine Ecken und Rillen reingucken, wo man sonst nicht reinkommt, ne? Genau. Immer schön vorsichtig, ne? Die Lady ist 30 Jahre alt. Und damit älter als Julia. Tatsächlich macht mir das Spaß. Ich mach gerne hin und wieder mal so, gerade an den Stellen sauber, wo man mit so einer Bürste nicht gut dran kommt. Ne, die großen Flächen überlasse ich gerne auch mal den anderen, weil, ich glaube, da bin ich auch dann, der Arm fällt ab irgendwann mal. Beziehungsweise lasse ich gerne die Maschine auch mal ran. Aber so Felgen, da mach ich ganz gerne mal auch so. Den Rest erledigen die XL-Bürsten. Nach einer Stunde ist Julias WC-Mobil wieder wie neu. Ja, mein Baby glänzt wieder. Gefällt mir super, wie immer. Und, ähm, ja, dann ist es für mich auch schon die Reise weiter, die geht mit einem sauberen LKW. In der Corona-Krise standen Julias Trucks teilweise still. Momentan gibt es wieder Events. Und mehr zu tun für die Blondine und ihre stylischen Toiletten. In Gütersloh fährt der WC-Truck von Trucker-Baby Julia vom Hof der Waschanlage. Aber Julia hat heute noch mehr mit ihm vor. Mir geht's gut, mir geht's sehr gut. Ich liebe es, wenn mein Baby sauber ist. Ich mag es einfach, so soll's sein. Klar, hinten ist bei uns immer alles top, aber wir kommen ja erst mal vorgefahren. Und der Veranstalter oder der Kunde soll nicht denken, oh mein Gott, was hier los? Gerade auf Schwarz setzt sich alles ab. Spinnenweben und Dreck. Oder hier, wenn man durchs Feld fährt, ein bisschen. Ja, da setzt sich schnell ab auf Schwarz. Und deswegen, doch, es muss schön sauber sein und gepflegt am Ende des Tages. Auch Julia will glänzen. Mit einem Crashkurs will sie ihr Truck-Fachwissen auffrischen. Nächste Station, die Werkstatt ihres Vertrauens. Biegen Sie rechts ab, dann biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Wir sind gleich bei der Werkstatter. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn wir wollen ein bisschen was am LKW machen. Also sprich, die Jungs machen was am LKW und ich gucke den ein bisschen über die Schulter und helfe mit. Ich helfe mit da, wo ich helfen kann. Ich will gucken, was ist hier los, will ein bisschen was dazulernen, weil die Sache mit den Ketten vom letzten Mal, die hat mich nicht so ganz eiskalt gelassen. Bei einer ihrer früheren Touren machte Julias 30 Jahre alter Truck plötzlich Mucken. Und Julia, eine weniger gute Figur. Für mich fühlt es der Fahrer ein bisschen eigenartig an. Ich kenne dieses Geräusch so nicht. Nicht gut. Hinten gibt es Geräusche und es dampft und es riecht komisch. Da sind diese Ketten, die runterhängen. Die schleifen sich da so auf den Boden. Ist das normal, ist das so Extremes? Ich glaube, da ist was abgebrochen oder da hängt was runter auf einem Stück und das sieht nicht gut aus. Die Fehlerdiagnose gestaltete sich schwierig. Ja also, irgendwas vom Knopf hast du mir geschrieben. Welcher Knopf? In der Mitte der Konsole, ne? Ich hab den jetzt gerade gedrückt und check die Lage. Wait. Okay, wir sind hochgefahren. Hat's erledigt. Was? Ich will ein bisschen mehr Ahnung haben vom LKW, also von meinem LKW. Diese Ketten-Geschichte, die ging mir ehrlich gesagt auf die Nerven. Und dass ich keine Ahnung habe oder beziehungsweise nicht so viel Ahnung habe von dem ganzen Technikzeug, will ich vielleicht ein bisschen ändern. Ich will, dass du mir ein bisschen was zeigst, was beibringst. Ich will dir unter die Arme greifen. Ich will ein bisschen selber rumschrauben und was auch immer. Okay, dann musst du jetzt umziehen und dann sehen wir uns. Ja, ich hab ein bisschen was mit. Ich zieh mich um und dann können wir direkt drunter her. Ja, auf geht's. So, bis gleich. Ich habe nicht nur vor, mich dreckig zu machen, ich wird's auch wahrscheinlich, weil ich hab wirklich vor, anzupacken und zu helfen. Drunter her oder Arme rein, egal was ich machen soll, wo ich helfen kann, wo ich was sehen kann, mach ich gleich. Und dann ist es mir auch egal, wie ich dann nachher am Ende des Tages auch sehe. Also das sieht schon mal gut aus. Wer jetzt ans Schrauben denkt, hat gar nicht so Unrecht. So, nachdem ich mich umgezogen habe, wie man unschwer sieht, fahr ich jetzt den LKW einmal da rein, also sprich in die Werkstatt. Und dann gucken wir, was weiter passiert, ne? Julia fährt ihre WC-Lady auf die Hebebühne. Alles bereit zum Crashkurs mit Werkstattleiter Ulrich Sirp. So, Handbremse an den Gang raus. Gang raus, Handbremse an den Schlüssel lasse ich hier liegen. Ja. Gut, dann bocken wir jetzt hinten hoch und nehmen links das Rad drunter. Mhm. Kevin? You keep them here. Kevin, allein in der Montagegrube, lockert die Schrauben. Dann ist Julia dran. Wir machen die beiden Schrauben hier raus. Ja, warte, laden wir mal. Und diese zwei Schrauben halten das ganze Teil, ja? Nur die Kappe. Also meine ich ja, die Kappe. Okay. Schon ein bisschen eingerostet. Boah, die sitzt aber fest, ne? Jetzt habe ich das Stück. Ja, was mache ich denn, wenn ich das auf der Autobahn abmachen muss? Auf der Autobahn kann ich ja nicht so hoch bocken. Ah, der ist warm. Hier sind die Radmuttern. Ja. Jetzt bauen wir erst mal den Halter hier ab. Das hier? Ja. Dann die anderen Radmuttern und anschließend nehmen wir das Rad runter, um hinten zu gucken, wo die Ventilverlängerung ist. Die ist nämlich weg. Da bauen wir eine neue an. Dann nehmen wir jetzt einen Schlaffschrauber und dann fangen wir mal ein bisschen an. Die sehen fest aus. Jetzt schon. Das Rad muss ab, weil dahinter eine Ventilverlängerung fehlt. Julia soll lernen, sich in Notfällen selbst zu helfen. Ja, und das mache ich auf der Autobahn, falls war es so, ja? Dann sein muss auch das, ja. Oh Gott. Boah, das ist schwer. Gut festhalten, dass du die Finger nicht klemmst. Ist er jetzt ab? Ah, er ist ab. Jawohl. Er warnt nur noch 30. Das ist ein bisschen massig. Wacka-macka hier. So, jetzt machen wir die anderen beiden. Die, die und die. Und das machen deine Jungs den ganzen Tag? Ja. Die hübsche Blondine kann gut mit großem Gerät. Ich würde sagen, es läuft. Und ich bin schon dreckig geworden. Ich hab's auch gesagt. Doch dann, bei den letzten Schrauben passiert nichts. Will er nicht? Mach mal. Ja, der will gar nicht. Keine Panik. Uli fragen. Der kennt den Grund. Wir sind schon länger dran. Wahrscheinlich ein bisschen angerostet. Ja, der will gar nicht ab. Kleines Stück. Für Julia heißt es heute Werkstatt statt Bock. Das Trucker-Vape bekommt Nachhilfe in Sachen LKW-Technik. Lektion 1. Reifen wechseln. Jetzt machen wir ein bisschen WD-40 dran. Meinst du, jetzt geht er ab? Ja, das reicht noch nicht. Da wird er sich noch nicht nachgeben. Jetzt wollen wir ein bisschen warm machen. Und dann wird er kommen. Warmer? Wir werden jetzt ein bisschen mit Feuer arbeiten. Mit Feuerzeug? Unsenbrenner? Ja, mit etwas größeren werden wir jetzt arbeiten. Wo Trucker-Babe Julia ist, da ist es heiß. Durch das Feuer dehnen sich die alten Muttern aus und lassen sich leichter lösen. Moment. Rett noch ein bisschen. Ah, okay. Ich glaube, wir sind hier bei der Feuerwehr gelandet. Jetzt darfst du wieder. Ah. Vorsicht, ein bisschen warm. Guck mal hier. Hast du gesehen? Rauchende Colts und heiße Frauen. Aber das war noch nicht alles. Ganz kurz mal anbocken. So, dass er frei wird. Und jetzt kann man so runterziehen. Also nach hinten fallen. Ah, okay. Und da haben wir es schon. Das erste Rad ist ab. Und dann tun wir die Verlängerung dran. Und dann wieder alles zusammenbauen. Ich glaube, es läuft gut. So, hier ist die Ventilverlängerung. Die schrauben wir jetzt ein, weil jetzt kommen wir ja superklasse dran. Und die schrauben wir einfach nur hier drauf. Das war's? Das war's. Julia meistert den Crashkurs ohne Probleme. Einer noch. Oh, wie viel wiegt denn das Teil hier? Fünf Kilo, mehr nicht. Was? Prima. Also, ich bin zufrieden. Jetzt prüfen wir noch den Reifenrock, ob es so passt. Und dann haben wir das geschafft. Das finde ich gut. Also, ich fühle mich gut. Gute Arbeit. Selbst ist die Frau. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einmal die Abfahrtskontrolle. Bevor du das nächste Mal auf Tour gehst, dass du weißt, wo gucke ich Wasseröl. Und wir gucken noch ein bisschen, was der Motor so macht. Wir heben einmal kurz an vorne das Fahrerhaus. Ja, genau. Das klingt gut. Lass uns das mal machen. Ja. Haube auf. Ja. Das kennst du sicherlich schon. Ja. Hier haben wir den Kühlwasserbehälter. Den brauchen wir nicht aufmachen. Wir sehen schon, das ist bis hier oben hin voll. Da vorne haben wir den Ölmessstab. Ja. So, und jetzt der 13. Hier sehen wir die Markierung. So, hier ist minimal. Maximal. Maximal. Wir sind jetzt genau dazwischen. zwischen minimal und maximal. Das ist gut, ne? Ja, sind bei diesen ungefähr so 6 Liter. Also ich würde sagen, wir könnten dann noch so fast 3 Liter nachfüllen. Okay. Hier haben wir den Sicherungskasten. Hier ist die Beschreibung davon drin. Das ist ein bisschen Trizepsübung, ja? Ja. Gutes Fitnesstraining. Ich muss gleich mal Arm wechseln, dann sind die beide ausgeglichen, ne? Sieht ein bisschen gefährlich aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist es aber nicht. Guck, da fällt auch eine Klammer runter. Ja, guck. So, die Ventildeckel. Gucken, ob es Öl undicht ist oder irgendwo hier an den Leitungen Wasser herkommt. Ist aber trocken, ne? Alles super trocken. Der Turbolader hier, luftseitig, abgasseitig, sieht auch alles total gut aus. Hier gibt es noch einmal einen Behälter für die Lenkölhilfe. Da kann man auch mal schauen, ob genug Öl drauf ist. Und wir sehen, es ist bis Maximum. Ja. Passt. Ja, damit sieht der Wagen eigentlich top aus. Mhm. Nichts undicht. Und ich denke mal, wir sollten wieder runterkippen. Ja. Wieder pumpen. Und dann ist die Abfahrtskontrolle. Gelaufen. Ihr WC-Mobil hat den Check bestanden. Und Julia weiß jetzt, wie sie Kleinigkeiten an ihrer alten Lady selbst prüfen und reparieren kann. Heute hat es echt Spaß gemacht. Also mir auch. Kommt nicht jeden Tag vor, dass wir so jemanden hier haben. Vielleicht auch mal so ein bisschen an die anderen, dass man mal so sieht, was machen unsere Leute eigentlich den ganzen Tag. Aber da hat sie sich super gemacht. Wirklich. Also großes Lob. So, haben wir es geschafft, Uli? Ja, hat wirklich super Spaß gemacht. Ich hoffe, die auch. Mir auch. Da das hervorragend geklappt hat, habe ich noch eine Überraschung für dich. Okay. Bin ich gespannt. Ja. Uli kommt mit einem brandneuen Truck. Was ist das denn für ein Teil hier? Los! Uli, das wäre doch nicht nötig gewesen, dass du mir sowas schenkst. Wow. So, hier ist er. Der neue TGX. ist fast 30 Jahre später als dein MAN, der sich auch super gehalten hat. Möchtest du eine Probefahrt machen? Ich will. Für mich ist das eine Premiere. Ich bin sowas nicht gefahren. Also sowas Neues. Neu, neu, neu. Oh, und tschüss. Wow. Das sieht schon so geleckt aus. Oh, oh. Guck, Automatik. Uli. Wie geil ist der denn bitte? Ich bin ja eben noch meinen gefahren. Und ich meine, ich liebe mein Fahrzeug. Aber das ist natürlich, das ist Luxusfahren. Und das passt ja zu Julias Luxus-Toiletten. Richtig cool. Ehrlich. Richtig cool. Licht eingeschaltet. Jetzt guck mal, der meldet sich von selber. Auf Null stellen? Ja. Absoluter Wow-Moment. Weil 30 Jahre Unterschied, ne? 30 Jahre. Baby und Old Lady, würde ich sagen, ne? Cool. Julia würde ihre Lkw-Flotte gern erweitern. Vielleicht ja hiermit.